Herzlich Willkommen zurück bei Kumman! Da! Und äh ja! Stix! Shards of Darkness! Da hat's jetzt ein bisschen andere Ritter rum, also andere Elfen. Also der läuft dort hin, der steht da. Da ist ein Schlafender wieder. Kann ich mich dort hinten eigentlich verstecken? Wieder. Ich weiss jetzt gar nicht, ob das so eine schlaue Stelle ist, um sich aufzuhalten. Aber hey, wir haben einen Haufen Sachen zu machen. Letztes Mal haben wir es geschafft, ähm, ja, äh, mit dem Ballon vor der Botschaft hinzukommen. Und die Aufgabe, die wir heute haben, die ist fantastisch einfach. Wir müssen nämlich... Ah, schau, jetzt kommt er wieder. Da steht er da hin. Ja, die Aufgabe ist, wir müssen auf der einen Seite ein Abzeichen klauen, eine Botschaft durchsuchen. Äh, das Badehaus durchsuchen. Wir brauchen eine Ausrüstung, also sprich eine Elfen-Wachen-Ausrüstung für Teldrin. Und einen Passagierschein müssen wir auch noch haben. Wir müssen hier auf der anderen Seite einbauen. Wir müssen auf der anderen Seite einbauen. Wir müssen einfach gleich auf der anderen Seite bauen. Wir müssen hier in der nächsten Seite einbauen. was ist jetzt das drone was haben jetzt aktiviert was ist das ganz komisch keine ahnung da ist jetzt gerade niemand also verstecken wir uns da mal unter dem Tisch und tue mal speichern wer ist das gewesen ich habe Angst da kann ich eigentlich jetzt gerade nicht mehr sehen oder ok da oben hat es einen alles mitnehmen so was haben wir denn da sonst nicht wirklich viel dort hinten auf dem Tisch hat es noch Sporen das komische Ding was wir irgendwie ausgelöst haben keine ahnung aber ich habe irgendwie gleich das Gefühl es taucht dann gerade auf es tönt einfach immer an so ob es gerade da neben der Anstände oder also voilà so es ist jetzt aber noch einglipper das ist jetzt auch noch einglipper so so also gut wir kommen immerhin in die Nähe vom vom Badehaus sehe ich jetzt gerade kann man da etwas machen viel sehr geil das können wir nicht machen nochmal das heisst wir können nochmal ein Feil machen sehr geil so das klingt einfach so krass hörst du dir das auch mal also ich hoffe es warte ich mache sonst den Hintergrund etwas gläuter so also ich finde es extrem heftig also sie haben irgendeinen Tod entdeckt das ist das kann ja noch so sein ich meine in den Schrank hinein schauen sie ja nicht oder das heisst wo könnte man jetzt weiter gehen richtig Badehaus oder das ist das ist eine ohne also um So. Gar nichts bis jetzt. Cool. Wir sehen es. Das Spiel an sich möchte ja, dass man da irgendwie durchhetzt. Ich finde es einfach viel Schade. Weil es ist so atmosphärisch cool gemacht. Also, der Alarm ist wieder aufgehoben. So, der Tunnel kommt. Da kommt jemand. Ich hoffe nicht rauf. Okay. 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 Also, die laufen immer da im Kreis. Ganz langsam. So. Okay. So. 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 Jetzt geht es ein bisschen schwierig, einfach so. Dann läuft er wieder durch. Dann läuft er wieder durch. So, klammheimlich. Jetzt warten wir bis der Blechmann wieder durch ist. Hier bleibt es kurz stehen. Gut. Aber hey, das wäre dann schon der zweite Task, den wir erledigt hätten. Er geht. Dann warten wir nochmal. Wahrscheinlich könnten wir jetzt schon gehen, aber ich warte lieber noch einen Durchgang. Irgendwie. Oh. So, gute Dinge will Weile haben. Jetzt kommt dann nämlich der andere hier wieder rum, der Blechmann. Und dann gehen wir genauso wieder raus, wie wir reinkommen sind. So. Ready. So. 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 Sehr gut. So. 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 Er ist weg. So. 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 das heißt. So. 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 Jetzt hat es einer, der wachläuft, wachläuft. Von diesem Tag hierhin. Ah, so. Alles klar. Die Elfer wieder. Hä? Ja, ja, aber es bleibt spannend. Wir sehen, wie wir hier weiterkommen. Wir können auch mal schauen, wie man oben durchkommt. Das haben wir dann jetzt hier. Gut, Sand haben wir keinen. Dafür zwei Pfeile. Das Problem ist, wenn jemand runterpfeilst, dann ist gerade der höchste Alarm. Und ich überlege mir wirklich jetzt, macht es Sinn, wenn man da vielleicht sehr stäuberegächtet. Und von da hinten mal kommt. Aber dann sieht uns der da oben. Die zwei dort. Es hat viel zu viel Lüter. Ja. Ist alles unter Kontrolle? Ja, meine Frau. Ein paar strangerinnen gefunden, ohne einen Pass, nur außerhalb der Stadt, wurden getrennt. Die meisten dieser Lüter werden verletzt heute Abend. Die Zeitung zum Somatist. Die Notation. Perfekt. Keep the eyes of this open. The closed door presentation will soon begin. No one of impure blood must soil the proceedings. Sie geht jetzt wieder. Das ist gut. Jetzt haben wir etwa weniger. Er macht seine Runden. Und ich glaube, wenn er seine Runden macht, sollten wir auf der anderen Seite durchklettern können. Hier hinten könnte man natürlich auch sehen. Ein Fass, das explodiert. Ein bisschen Rohstoff und etwas zum Verstecken. Ja, aber das bringt uns auch nicht viel. Vor allem sie hier unten. Sie schaut immer rüber. Das passt mir nicht. Dann würde ich lieber kurz rüber springen und versuchen, ob man dort rüberkommt. Sobald er die nächste Runde durchkommt. Sobald er die nächste Runde durchkommt. Dann rüber gehen und schauen, ob man diese zwei dort nicht mit Pfeilen kommt. Also sollen wir die jetzt schon mit Pfeilen machen? Ich bin unsichtbar, oder? Ah. Ich kann es noch nicht machen. Ich bin zu weit weg. Oh je. Nein! Nein! Oh mein Gott, wo müssen wir eigentlich erstmal starten? Das finden wir raus, wenn es in den Heistag kommt. Und Sticks, Shards of Darkness. Oje, oje, bis bald. Ciao.